Willkommen in diesem wunderschönen Ford S-Max Titanium. Zu Ihrer Unterhaltung bietet dieser S-Max ein CD-Radio Sony MP3 mit USB und AUX Anschluss. Die Bluetooth-Freisprechanlage verbindet Ihr Handy drahtlos mit dem Auto, sodass Sie telefonieren können, ohne das Telefon aus der Tasche nehmen zu müssen. So eine besondere Note erhält der Titanium, durchschicke 17 Zoll Leichtmetallfelgen, abgedunkelte Scheiben hinten, ein Chrom-Dekor rundum und LED-Tagfand. Und denken Sie auch an Ihre Winterräder. Wir haben immer super Angebote. Im Innenraum gibt es vier elektrische Fenster, eine automatische Klimaanlage, Tabletts, Sonnenrollos und ein klimatisiertes Handschuhfach. Darüber hinaus verwöhnt dieser S-Max mit Parkpilot vorn und hinten, Zentralverriegelung mit Fernbedienung, eine heizbare Frontscheibe mit Solarreflekt und Regensensor mit Lichtautomatik. Bei uns können Sie auf die Inspektion warten und dabei Autostilme gucken. Für Ihren älteren Gebrauchtwagen machen wir Ihnen einen super Entzahlungnahmepreis. Auch telefonisch. Für Ihre Sicherheit stehen ABS, ESP und 7R-Bank parat. Neuwagen, Gebrauchswagen und Service. Da sind wir die Besten. Besuchen Sie uns auch samstags bis 17.30 Uhr. Besucht uns doch mal im Autohaus Wismar. Tschüss! Bis zum nächsten Mal. Tschüss! 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 Tschüss!